In ihrem Blog beschreibt Lisa, dass ein Mann von der Security die Busfahrerin auf das Mädchen aufmerksam machte, sie habe die Fahrtkosten von 2,80 Euro nicht bezahlt. Da das Mädchen durcheinander und verloren wirkte, reagierten wohl einige Passagiere und setzten sich für die Betrunkene ein. Sie erklärten der Fahrerin, dass es unverantwortlich sei, eine hilflose Person auf die Straße zu setzen. Um nicht zu riskieren, dass ihr etwas Schlimmeres zustößt, stiegen die Passagiere mit ihr aus. Schockierende Aussage der Busfahrerin Besonders schockte Lisa die Aussage der Busfahrerin. Wenn das Mädchen jetzt vergewaltigt werde, hätte sie es ja auch nicht anders gewollt, wenn sie den Kopf doch so voller Alkohol hat. Daraufhin sollen die Kollegen der Security ihr beigepflichtet haben. Weiter beklagt die Bloggerin, dass sie sich durch dieses Erlebnis nun extrem unsicher fühle, wenn sie so vom Personal der öffentlichen Verkehrsmittel im Stich gelassen wird. Wegzusehen und eine Person nachts im Nirgendwo auszusetzen sei nämlich nicht okay. Beschwerde an das Verkehrsunternehmen Mobil auf Facebook beschwerte Bloggerin Lisa sich direkt beim Verkehrsunternehmen Mobil. Sie schilderte im Detail das Gesehene und forderte interne Richtlinien, die in solchen Fällen greifen. Mir ist bewusst, dass nicht jeder einfach ohne zu bezahlen den Bus benutzen darf. Jedoch halte ich es für die Pflicht der Mitarbeiter im Zweifel für Hilfe zu garantieren. Mobil möchte den Fall mit der Busfahrerin und dem Security Personal klären. In einem Kommentar schreibt das Unternehmen. Wir können uns an dieser Stelle erstmal nur entschuldigen. Ob bei den Verantwortlichen des Verkehrsunternehmens dank der Veröffentlichung dieses Vorfalls ein Umdenken stattfinden wird, bleibt fraglich. In diesem Fall hatte das Mädchen wohl Glück, dass sich korrigierte Passagiere für sie einsetzten, und ihr halfen. Über die Pflicht der Kreuzung wird nicht gut ist. Man kann es nicht weitergehen. Man kann es nicht mehr so machen. Vielen Dank.